Für eine selbstbestimmte Ukraine eintraten, skandierten andere für ein starkes Russland. Allen gemeinsam war die Vorstellung, dass eine Welt ohne Krieg möglich sein sollte. Hauptforderung, keine Waffenlieferungen von Deutschland aus an die Krisenherde der Welt. Mehr als zwei Stunden zog der Trost durch die Innenstadt. Zum Ostermarsch aufgerufen, die Demonstranten hofften, dass das nicht nur am schönen Osterwetter lag.